Okay, das Thema ist Geld und digitale Geschäftsmodelle. So hatten wir das ja überlegt. Ja. Warum lachst du? Der fragende Blick ist super, oder? Ja, ich... Ja, 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 bitte. Ich dichere mich lieber... Okay, also ich hatte mir so gedacht, dass wir zunächst einmal darüber reden, Geld und Mindset, also was haben wir für innere Blockaden, Glaubenssätze in uns, die uns sozusagen davon hindern, effektiv zu verkaufen als Selbstständiger oder als Unternehmensgründer. Das wäre so der erste Part. Also alles rund ums Verkaufen und das Thema Geld, das ist ja ein großes Thema immer wieder bei Selbstständigen. Und der zweite Block hätte ich gedacht, dann reden wir über digitale Geschäftsmodelle, was ja sowieso ein Dauerthema bei uns ist, vor allem in der VIP-Mentoring-Gruppe. Das war so mein Plan. Ja, sehr gut, guter Plan. Warum ist das ein Dauerthema? Gerade jetzt in Corona-Zeiten müssen wir Gas geben. Absolut. Absolut. Digitalisierung jetzt ist ja auch dein Schlagwort. Ja, ich finde das, um es mal ernsthaft zu sagen, ich finde das total wichtig. Ich finde es total wichtig, selbst wenn wir kein Corona hätten, darüber nachzudenken, wie kannst du dein Unternehmen, vielleicht wenn du sogar ein analoges Business hast, digital skalierbar machen. Das ist ja die entscheidende Geschichte. Und diesen Markt außen vor, ich finde übrigens dein Bild mega. Vielen Dank, habe ich selber gemalt. Wirklich? Ja. Sehr cool. Meine Frau und ich hatten so Sessions, Mal-Sessions, als wir noch in Trier waren. Und in einem dieser Sessions ist dieses Bild entstanden. Es ist mega. Also für alle, die jetzt zuhören und das nicht sehen können, der Jakob hat sich bereit erklärt, hier Video-Snippets zu bauen. Und die volle Länge wird auch irgendwo zu finden sein. Ja, mit Sicherheit. Ja, okay. Müssen die User dann suchen, irgendwo. Ja, also was ich noch sagen wollte, um es noch rund zu machen, ich finde es extrem wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das hat für mich nichts mit jetzt digitaler Transformation im Unternehmen zu tun, sondern einfach zu überlegen, wie kann ich mitspielen in Zukunft in diesem Markt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Also egal, ob du schon ein bestehendes Business hast, ob das analog ist oder digital, spielt gar keine Rolle, sondern immer das als sozusagen Verlängerung des Offline-Kanals sozusagen und zusätzlich digitale Produkte anzubieten. Absolut. Nicht ersetzend. Also wenn ich jetzt gerade anfange und ich mache was Digitales, das kann es natürlich auch ein reines digitales Business sein, aber auch die Ergänzung sehr spannend. Ja. Ich hatte letztens ein Interview mit Richard Mulholland für meinen Podcast. Der bildet andere Leute aus als Keynote-Speaker. Und der meinte, die sind in der Regel zu Events hingefahren und haben präsentiert, also Keynotes gegeben. Und hat gemeint, durch Corona totaler Einbruch. Ja, im März oder April hat er gemeint, schlechteste Monat in der Geschichte seines Unternehmens. Und dann haben sie alles geswitcht auf online. Und die hatten dieses Jahr im, ich glaube, August oder September, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ihren besten Monat in ihrer 20-jährigen Unternehmensgeschichte. Einfach, weil sie es geswitcht haben. Er hat gemeint, okay, dann konzentrieren wir uns komplett auf Online-Events. Und er hat gemeint, ich kann natürlich nicht den Preis, den ich für Offline-Events charge, den kann ich jetzt nicht für Online-Events verlangen. Aber ich bin mittags zu Hause. Frühstens habe ich ein Online-Event, wo ich spreche. Und nachmittags habe ich noch eins. Und muss nicht mehr reisen. Deswegen ist alles skalierbar heute. Das ist eines das Schöne. Und das ist der Game Changer. Das ist der Game Changer. Absolut. Ja, sehr cool. Schönes Beispiel auch. Nicht Kopf in den Sand stecken, sondern Vollgas. Ich meine, die Potenziale sind ja da. Und wir haben heute technologisch, stell dir mal vor, wir hätten Corona vor zehn Jahren gehabt. Was wären dann? Statt Lehman Brothers Corona. Okay, interessantes Gedankensszenario. Jetzt überleg mal, wie wäre dann Homeoffice möglich? Also ohne Breitband oder nicht in der Ausprägung, wie wir es heute haben. In der Machart. Jeder kann einen Podcast machen. Jeder kann ein digitales Business aufbauen. Jeder kann sich befähigen über Online-Seminare, weil es so viele davon gibt. Man muss nur die Richtigen finden. Zum Beispiel bei uns. Ja. Beim VIP-Mentoring von Norm Müller. Ja, ich finde es echt eine große Chance in der Krise und dass auch die Krise jetzt stattfindet und nicht vor zehn Jahren. Ja, sehr cool. Ja, absolut. Ja. Na gut. Gut. Wolltest du über Geld sprechen? Richtig. Leg mal los. Also ich glaube, vom Mindset her muss ich erst mal verstehen, dass es überhaupt nicht ums Geld geht. Und das ist aber eine große Hürde für viele etablierte, vielleicht auch traditionelle Unternehmen, das zu verstehen, weil es geht ja oftmals in, also ich kenne zum Beispiel Führungskräftekonferenzen, wo dann die Geschäftspläne analysiert werden und gesagt haben, Herr Mayer, wieso haben wir denn keine zehn Prozent Wachstum in Ihrem Vertriebsbereich? Ja, sondern wenn wir es schaffen, uns nutzenorientiert auszurichten im Unternehmen und zu verstehen, dass Geld quasi ein Abfallprodukt oder Rohstoff ist, Rohstoff gefällt mir noch besser. Ja, Rohstoff. Was ich investieren kann, reinvestieren kann, dann finde ich das ein viel besseres Mindset als dieses stupide, diesen, und vielleicht ist es auch deutsch, ich weiß es nicht, ich unterstelle es jetzt einfach, vielleicht ist es so, weißt du, so diese fünf Prozent oder zehn Prozent mega, da gibt es auch dieses coole Beispiel von der Prielflasche, weißt du, kennst du die von früher, diese ganz lange, langgezogene Prielflasche und da haben sich die Designer überlegt und auch die Unternehmenschefs, ey, wir müssen eine Revolution bauen, wir müssen das mega cool machen, ja, und dann treffen sich die ganzen Produktdesigner, die mit den bunten Brillen und den grauseligen Haaren und so weiter, die Kreativen, die Kreativen, ja, und dann tüfteln die und wahnsinnig, die präsentieren nach vier Wochen, also super schnell, in deren Welt, nach vier Wochen, präsentieren die das neue Produkt und das ist dieselbe Flasche, nur kleiner und bauchiger und dann sagen die aber, und das ist deren Erfolg, den wir gar nicht absprechen wollen, das Ding bringt zwei bis drei Prozent mehr Umsatz, nur weil wir die Flasche verändert haben. Ja. Und dann kommt so ein Typ, kauft sich eine 250.000 Euro Küche, stellt sich die Prielflasche für 1,79 Euro in die Küche und die zerstört das komplette Design dieser Küche. Was macht der? Der erfindet ein Spülmittel mit einer voll designy Flasche und verkauft das Ding, gründet ein Unternehmen, hat in seiner Küche eine schöne, designte Spülmittelflasche, ja, völlig banal eigentlich und macht, ich glaube, im ersten zwei Jahren 3.400 Prozent Wachstum. Also geht durch die Decke, weil das jeder haben möchte. So, 3.400 Prozent Wachstum ist viel, viel mehr als zwei bis drei Prozent Wachstum. Aber wir begnügen uns damit. Also wir sagen zum Beispiel, wenn wir digitalisieren, wir sind in den sozialen Netzwerken, wir sind ja da. Und ich stelle immer die Frage, okay, ihr seid da, aber was verdient ihr? Also was ist der Umsatz? Das ist immer so eine unbequeme Frage, die auch die Leute gar nicht so gern beantworten wollen, weil dann geht es schnell ums Geld. Aber uns geht es doch nicht ums Geld. Aber das ist, gerade in der Monetarisierung ein wichtiger Indikator, ein wichtiger Faktor, um zu sagen, funktioniert das, was du vorhast? Sind die Leute bereit, dafür Geld auszugeben? Erkennen sie den Nutzen? Ja, dadurch, dass ich die amerikanische Literatur mit der Muttermilch aufgesogen habe, da ist das ja sehr viel entspannter, was das Thema angeht. Und da wird es natürlich als Rohstoff gesehen. Da hast du deine Investoren und da ist so ein leichterer Umgang damit. Und ich hatte auch bei meinem Verkaufstraining, bei Christine Schlonsky, bei der ich das gemacht hatte, habe ich auch gemerkt, das sind so Blockaden, auch bei anderen Teilnehmern, in uns eigentlich selber, die uns davon abhalten, unsere eigenen Produkte oder Dienstleistungen in den Fordergrund zu stellen. Also oftmals ist es gar nicht so das Umfeld oder der Kunde, in Anführungszeichen, sondern es sind Dinge, die in uns drin sind. Also es sind Blockaden, die wir aus der Kindheit vielleicht haben oder von Fehlinvestitionen, die wir gemacht haben. und die gilt es eigentlich aufzulösen, meiner Meinung nach. Weil diese Blockaden, die hindern uns, wenn wir unser Verkaufsgespräch haben, dann wird die Stimme plötzlich anders, der Mund wird trocken, das Herz fängt an zu klopfen und das kommt daher, weil Verkaufen an sich ja etwas sehr Emotionales ist. Ich gebe ja das weiter, ich möchte etwas weitergeben, Mehrwert liefern und das ist immer so, vielleicht ist man vorher mega entspannt und dann, wenn es darum geht, den Preis zu nennen, wird man plötzlich nervös und verklemmt oder irgendwie komisch. Und ja. Aber wie siehst du das? Ja, also ich hatte gerade ein Bild im Kopf. Wenn du verkaufst, weil du verkaufen möchtest, ist es glaube ich noch mal was anderes, als wenn du verkaufst, weil du verkaufen musst. Und ich meine das musst, aber nicht, weil du Geld verdienen musst, sondern weil du verpflichtet bist, mit deinem Know-how anderen zu helfen. Weil es sonst unterlassene Hilfeleistung ist. Und es gibt noch was Schlimmeres. Beispiel, du bist im Flugzeug oder meinetwegen im Zug unterwegs und irgendeiner in dem fahrenden ICE hat da ein gesundheitliches Problem. Und der Schaffner ruft aus, gibt es dir irgendeinen Mediziner an Bord? Du bist jetzt Arzt, hockst in dem Zug und meldest dich aber nicht. Dann ist das viel schlimmer, wenn du als ausgebildeter Arzt, also von einem Richter, als ausgebildeter Arzt nicht hilfst. Da gibt es auch einen besonderen Begriff, habe ich vergessen. Wenn du nicht hilfst, auch ohne Mediziner zu sein, ist es unterlassene Hilfeleistung. Das heißt, ich glaube, der Verkauf funktioniert am besten, wenn du fest davon überzeugt bist. Und das ist das Wichtige. Das musst du mental wirklich verkörpern, dieses Produkt. Dass du sagst, ich muss dir das verkaufen, ich muss dir das anbieten, weil es einfach für dich wichtig ist. Das VIP-Mentoring von Genius Alliance muss ich dir anbieten, wenn du gerade jetzt in der Krise oder auch in Zeiten, wo gerade Offline nicht so gut läuft, du bist Speaker, du machst Events, läuft gerade gar nicht, dann muss ich dir mein Know-how anbieten, um dir zu helfen, zu existieren, zu überleben. Und das ist ein ganz anderes Mindset. Und wenn du aber an die Geschichte rangehst und im Hintergrund sitzt irgendeiner, der dir sagt, ey, du musst heute drei Abschlüsse machen. Ja, dann verkaufst du ja ganz anders, voll unter Druck. Und das spürt er auf der anderen Seite. Ich nenne das intuitive Kompetenz. Auf der anderen Seite wird gefühlt, was du von mir willst. Und ich fühle sofort, verkaufst du mir was unter Druck? Oder verkaufst du mir was aus purer Überzeugung? Eine andere Frage, die man sich stellen kann, okay, woher kommt diese, also warum muss ich das verkaufen? Oder woher kommt die Notwendigkeit? Meiner Meinung nach, jeder bei uns in der Gruppe, in der VIP-Gruppe, der meiner Meinung nach muss mehr verkaufen, muss mehr Content produzieren, weil sie ja direkt und indirekt Menschen helfen. Das heißt, direkt helfe ich einer Person, dann würde ich mir ausmalen, was passiert mit diesem Menschen? Wie verändert sich sein Leben zum Positiven? Und indirekt durch die Personen, die in diesem Leben von dieser Person sind. Das ist ja so, wie so ein Multiplikator. Und wenn ich mir das vor Augen rufe und mir anfangs, wenn ich ein Produkt erstelle oder eine Dienstleistung mir ausdenke, würde ich mir erst mal das ausmalen. Und dann ist das Verkaufen, passiert eigentlich automatisch, weil ich will der Person ja helfen. Ich will Mehrwert schaffen. Und das ist das Schöne bei Content, indem ich Inhalte produziere, sei es Videos, Podcasts oder Blogartikel, helfe ich ja anderen. Ich löse konkrete Probleme und ich leite zu einer gewissen Dienstleistung oder zu einem bestimmten Produkt hin. Das ist das, was so ineinander geht. Ja. Problem ist, viele machen es nicht. Das Problem ist oder die Unterscheidung ist, warum sind so wenige erfolgreich damit? Weil die wenigen, die es am Ende machen, erfolgreich sind und nicht die nur darüber reden oder konsumieren, sehe ich ein Riesenproblem. Wie viele Leute gehen auf irgendwelche Events, kaufen die 15. Hörbücher, Bücher oder brüsten sich damit, dass sie sagen, ich lese jeden Tag drei Bücher. Sehr gut. Aber es manifestiert sich nicht im Umsatz. Also es ist vielleicht ein schönes Freizeitvergnügen, ja, absolut. Aber es trägt nicht zum Wachstum deines Businesses bei. Und das ist der große Unterschied. Weißt du, wie oft ich gefragt wurde, für wen machst du überhaupt den Podcast? Wieso haust du so viel Know-how raus? Du verdienst doch damit nichts. Und das war am Anfang ganz sicher so. Aber jetzt hast du deinen Podcast, wie heißt er nochmal? Content Marketing Mastery. Yes. Wir fügen bestimmt einen Link in die Shownotes ein. Das machen wir ja ganz sicher. Ja, und du hast mir auch geschrieben, wie viel dir das bringt, auch mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen. Absolut. Und es ist ja im Grunde ganz einfach. Stell dir mal vor, du rufst diese Leute an und sagst, hey, ich will einfach mal mit dir quatschen. Dann sagen die, hey, ich habe gerade keine Zeit, melde dich mal nächstes Jahr. Aber wenn du sagst, hey, ich mache einen Podcast, was im Grunde nichts anderes ist, wie mit dir quatschen, dann sind die bereitwilliger und du lernst halt unfassbar viel. Inhaltlich, aber auch unfassbar viel tolle Menschen kennen. Ja, absolut. Aber auch das, du musst es machen. Und die Kontinuität, die Konsequenz, die Disziplin. Hochleistungssportler, schöne Assoziationen. Warum sind die erfolgreich und sind bei den Olympischen Spielen? Na, weil die jeden Tag trainieren. Warum ist ein Podcaster erfolgreich? Na ja, weil der regelmäßig auf Sendungen geht und abliefert, jede Woche. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache, denn wir bei Genius Alliance haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir in der Digitalisierung deines Businesses zu helfen. Dafür bieten wir dir genau zwei Mentoring-Programme an. Einmal das VIP-Mentoring für Coaches, Experten, Berater, Speaker und Dienstleister und zum anderen das Corporate-Mentoring für Führungskräfte in Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt konkret, du profitierst von wöchentlich stattfindenden Live-Webinaren mit Handverlesern und hochspezialisierten Digitalexperten, also wie so ein Training jede Woche, von einer Plattform, auf der du zusätzliche Inhalte für das Selbststudium findest und natürlich die Aufzeichnung der Webinare, falls du an einem Live-Webinar mal nicht teilnehmen konntest, von einer exklusiven Messenger-Gruppe, in der wir einen interaktiven Austausch zu deinen Fragen haben werden und von einer hohen Flexibilität, denn mit unseren Mentorings wollen wir dich nicht an ein Abo binden, sondern so begeistern, dass du freiwillig bleibst. Wenn du jetzt sagst, wow, das klingt spannend, dann besuch uns im Netz unter www.genius-alliance.com. Der Link ist wie immer in den Show Notes zu finden und sichere dir den Frühbucherpreis bis Ende Oktober. Und jetzt Dankeschön, dass du so treu hier diesen Podcast hörst, lege ich exklusiv noch einen 25% Rabattcode mit dem Namen GROW2020 oben drauf. Gib dafür in deine Bestellung einfach das Wort GROW mit großem Anfangsbuchstaben und dann 2020 als Zahl ein und dann bekommst du die 25%. Jetzt liegt es also an dir, ob du unsere Hilfe in der Online-Neukundengewinnung und bei der Steigerung deiner Umsätze annehmen möchtest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, absolut. Also dieser Tipp mit dem Podcast war einfach nur, war einfach das Beste bisher, weil die, also die Leute, die ich interviewt habe bisher, ich meine, ich habe einen Jason Pfeiffer interviewt. Das ist der Chefredakteur vom Entrepreneur-Magazin in den USA. Ich meine, an dem bin ich schon länger, aber der Podcast war so das letzte Puzzlestück, das gefehlt hat. Erzähl mal, wie du an den rangekommen bist. Ja, ich habe ja, also da bin ich ja immer sehr strategisch. Also ich mache ja am Anfang des Jahres zusammen mit meiner Frau machen wir unsere Zielliste, also was wir in dem Jahr sozusagen erreichen wollen und machen möchten. Und das habe ich auch in dem Podcast von Anja Kuhn schon erzählt. Personal Branding Story. Also ich schreibe mir das auf und ich schreibe mir auch auf, mit wem ich idealerweise zusammenarbeiten möchte. Du warst zum Beispiel auch auf dieser Liste, weil wir hatten ja erste Kontakte und ich dachte mir, cool, mit dem hätte ich mal Bock, was zu machen. und Jason Pfeiffer stand auch auf dieser Liste und ich überlege mir ja immer, okay, wie kann ich Mehrwert schaffen? Wie kann ich Mehrwert schaffen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und ich war, oder ich bin nach wie vor Autor bei Drive Global. Das ist eine Plattform, die Ariane Huffington gegründet hat und ich habe mir überlegt, okay, was könnte ich denn machen? Ja, ich schreibe einen Artikel über meine drei Lieblings-Podcasts auf Englisch, nicht deutsche Podcasts, sonst wäre deine, sonst wäre der Markenrevel dabei gewesen, aber es war ein englischer Podcast und einer von diesen Podcasts war sein Podcast, The Problem Solver, also ein Podcast vom Entrepreneur Magazin und ich habe diesen Artikel geschrieben, habe den per Link an ihn geschickt, also per E-Mail und habe gemeint, hey, wenn ich noch helfen kann, gib Bescheid, ich kann auch öfters mal Artikel schreiben und so und das war so ein, so ein Ding, das ich gemacht habe und regelmäßig seine Podcasts. Aber ganz kurz, da muss ich ganz kurz mal rein, weil das ist auch typisch für dich, finde ich, wenn du connectest, du lieferst erst ab. Du sagst nicht, ey, kann ich mit dir einen Podcast machen oder was kannst du für mich machen, sondern du Ja, umgekehrt. Umgekehrt und du bist auch so kreativ, dass du sofort eine Idee lieferst, also du rufst nie an und sagst, was kann ich für dich tun, das wäre ja platt, sondern du machst erst mal und schickst das der Person und sagst, hey, wenn ich noch was für dich tun kann, dann melde dich bei mir. Auf jeden Fall, also zum einen, wie schaffe ich Mehrwert und wie kann ich das proaktiv abliefern? Ja, absolut. Also ich bin, und ich gucke mir die Leute an, Six Figures, also im sechsstelligen, im fünfstelligen Bereich, die erfolgreich sind und alle haben dieses Mindset. Ja. Die geben erst. Ich habe einen Harris Rice interviewt, der bei Gary Vaynerchuk gearbeitet hat. Der ist genauso. Der überlegt, der hat um drei Uhr morgens E-Mails versendet an Gary Vaynerchuk und hat gemeint, ich will für dich arbeiten. Ich will für dich arbeiten und hatte versucht, Mehrwert zu liefern auf seine Art und Weise. Deswegen, das ist eine Frage, die ständig da ist bei mir. Wie kann ich Mehrwert liefern, mehr machen und die Aufmerksamkeit von diesen Leuten bekommen? Weil das ist nicht einfach, so große Leute auf sich aufmerksam zu machen. Ein Jason Pfeiffer, der wird bombardiert mit E-Mails. Der kriegt bestimmt pro Tag tausend E-Mails oder so. Und warum antwortet der auf meine E-Mail? Weil er mich vorher schon kannte, weil ich gewisse Touchpoints berührt habe und ihn erreicht habe. Emotional, aber auch rational. Gary Vaynerchuk ist ja einer der erfolgreichsten und wenn nicht sogar der erfolgreichste Marketer aus den USA. Und ich glaube, per E-Mail erreichst du den gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe mal eine Story gelesen und gab es auch ein Video dazu. Da haben die den am Flughafen abgefangen und am Flughafen den Pitch gemacht und haben so mit riesigen Transparenten und haben gesagt, hast du 10 Sekunden für uns? In diesen 10 Sekunden, und das ist ja auch das, was Branding liefern muss, in sehr kurzer Zeit eine Sogwirkung oder ein Interesse erst mal zu erzeugen, um dann reinzuziehen und zu sagen, okay, und dann geht die Person in den Podcast. Und die haben es geschafft, in 10 Sekunden den Gary abzuholen am Flughafen und der hat sich mit denen verabredet und hat gesagt, okay, ich komme auf euer Event. Weiß nicht, 200.000 Euro Budget, Gage oder sowas, dann setzt er sich in den Flieger und kommt. Aber die haben es geschafft. Also Kreativität und Branding super wichtig und dein Pitch machen, also dich positionieren und sagen, hey, ich schaffe das in 10 Sekunden, dir das zu erzählen oder dich zumindest neugierig zu machen. Ja, generell würde ich sagen, wenn du auf Zeit spielst, das heißt, du willst die Aufmerksamkeit und seine Zeit haben, finde ich es immer ein bisschen schwierig. wenn du, es ist für mich, also ich finde es einfacher, wenn du dir überlegst, wie kannst du einen Mehrwert schaffen? Zum einen, wen kannst du mit ihm connecten? Also welcher Kontakt ist für ihn interessant? Vielleicht hat er, vielleicht sucht er auch diesen Kontakt und wenn du, wenn du dieser Connector bist, dann schaffst du automatisch auch Mehrwert für ihn. Das ist das eine und das andere ist natürlich Traffic oder Reichweite vergrößern. Wenn du eine Community hast und sagst, okay, ich will deine Community, ich habe eine ähnliche Zielgruppe wie du, ich möchte meine Community mit deiner verbinden sozusagen. Das ist auch so ein Mehrwertschaffer, meiner Meinung nach. Aber man muss, glaube ich, verstehen, auch das, was du machst, das ist wirklich eine mittel- bis langfristige Angelegenheit. Also ich glaube, viele haben eine falsche Erwartungshaltung, dass sie sagen, okay, Thema Content Marketing ist ja kein Problem, mache ich, in drei Monaten fliegt die Kiste und da Ausdauer zu haben und zu sagen, okay, ich gebe mir da mal eins, zwei Jahre. So ein bisschen Glück brauchst du ja auch dann noch zwischendrin und die richtigen Kontakte. Also da glaube ich einfach, dass viele irgendwas anfangen und das aber nicht auf dem Schirm haben, dass das so schnell nicht funktioniert. Also nicht auf diese Weise. Also mit einem Podcast da schnell mal erfolgreich werden, das ist schwierig. Schnell mal monetarisieren, schnell mal Cashflow positiv. Es sei denn, du hast Kontakte zu gehen. Also wenn der dich pusht in seinem Twitter-Account oder so, dann kann das natürlich sofort durch die Decke gehen. Also dann würde ich das unterschreiben und sagen, okay, so ein Podcast kann auch mit zwei Folgen sehr erfolgreich sein. Aber ansonsten, so der Normalsterbliche, der sollte sich vielleicht schon darauf einstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Deswegen, was mich interessiert und deswegen sprechen wir das ja in den VIP-Mentorings immer durch, ist eine Kombination zwischen digitalem Geschäftsmodell, was du auch ohne Reichweite machen kannst. Also wie kannst du schnell monetarisieren, schnell Geld verdienen, ohne mit schnell schlecht zu meinen. Das ist mir immer wichtig. Weißt du, dass die Qualität, also jeder von uns, die da drin sind, sind so ein Boutique-Unternehmen. Also jeder hat seine Expertise. Und da geht es wirklich um Qualität, aber du kannst viel schneller damit Umsatz erzielen als mit einem Podcast zum Beispiel. Aber Podcast, Blog, Video-Channel, alles super wichtig in Ergänzung, um eine Nachhaltigkeit hinzukriegen. Absolut. Damit die Kurve nicht abflaut, sondern damit das dann irgendwann mal exponentiell steigt. Und wie die Wahl geht. Also zum Bereich, zum Thema Content-Marketing, da fällt mir immer wieder, also ich bin manchmal auch erstaunt, wie viel ich immer noch erklären muss, okay, wir müssen Content produzieren. Also gewissen Kunden auch. Und ich vergleiche das immer gern mit dem Gym. Also Sport allgemein. Jeder weiß, wenn man Leute fragt, machst du Sport? Nee. Weißt du, wie gut Sport für dich ist, für deine Fitness, für dein Wohlbefinden? Ja, weiß ich. Aber ich mache es trotzdem nicht. Und Content ist so ein bisschen wie Sport treiben. Man schiebt das immer ein bisschen auf, man weiß, man muss es eigentlich machen, aber man versäumt es oftmals. Und das Bild geht sogar noch weiter. Und wenn ich einmal zum Gym gehe und einmal Sport treibe, dann gucke ich in den Spiegel und schaue und sehe keine großen Veränderungen. Und dasselbe ist mit Content. Nur weil du einmal was postest, heißt das nicht, dass du dann durch die Decke gehst, sondern du musst jeden Tag was machen. Und dasselbe ist auch mit dem Sport. Ich weiß nicht, warum wir, beim Sport verstehen wir das direkt, aber beim Content Marketing oder bei der Content Produktion ist das immer so ein Thema, naja, jetzt machen wir das mal einen Monat und dann gucken wir mal, was für Resultate kommen. Das ist, wie du gesagt hast, ein mittel- bis langfristiges Spiel. Ich sehe das auch oft, wenn es um Digitalkompetenzen geht. Also, wow, das ist mir alles zu viel und das ist ja irre, wo soll ich denn da anfangen? Also diese schnelle Resignation, dann muss ich mich wirklich entscheiden, okay, dann lasse ich es lieber oder ich entscheide mich, ich gehe da durch. Das ist wie, wenn wir mal beim Sport bleiben, wenn du dem Muskel keine Belastung gibst, also wenn du jetzt mit so einer 500-Gramm-Hantel auf jedem Arm da trainierst, dann wird da sicher kein Muskel wachsen, sondern du musst es überziehen, damit da ein Muskelkater entsteht, damit du merkst, hast du irgendwas gemacht und diese Belastung ist ja der Impuls, zu wachsen für den Muskel und dieser Digitalkompetenzmuskel, den du in dir hast oder zumindest ausbilden solltest, den musst du natürlich auch ab und zu mal belasten. Wenn dann immer nur so häppchenweise die Sachen kommen, dann brauchst du dich nicht wundern, warum der Erfolg ausbleibt. Ich habe früher Leistungssport gemacht, Fechten, jeden Tag war da Training, am Wochenende war Wettkampf. Das heißt, ich bin zur Schule gegangen, danach habe ich mir den Fechtsack geschmackt, der war so groß wie ich selber und dann bin ich zum Training und bin irgendwann deutscher Meister geworden. Also das ist so eine Mindset-Frage und auch eine Frage des Schmerzes. Also Überstunden machen oder mal eine Nacht durchmachen, das muss halt dann auch mal drin sein. Dann geht es einem vielleicht mal ein paar Wochen nicht so gut, aber dafür hast du diese Challenge gemeistert und machst danach Pause. Das unterschätzen auch viele, wie ich finde, wenn sie sich selbstständig machen, wenn sie sich ein Business aufbauen oder wenn sie ihr Business transformieren müssen, dass man dann Überstunden machen muss, dass man dann halt die Extrameile laufen muss. Auch das ist eine ganz klare Unterscheidung. Die Leute, die erfolgreich sind, die gehen durch diese Wand. Nimm Elon Musk. Alle haben sie gesagt, es funktioniert nicht mit diesem Elektroauto und der geht durch die Wand und sage, ich mache es trotzdem. Und hängt das Ding auch noch an eine Trägerrakete und schießt das Ding ins Weltall. Gut, gutes Marketing, oder? Erster Auto im Weltall. Ja, also bessere PR gibt es gar nicht. Jeder Journalist frisst das. Absolut. Was die Digitalkompetenzen angeht, ist mir noch etwas eingefallen. Ich bin ja, also wenn ich, es kommen ja ständig Sachen, neue Tools, neue Software. Und was ich gerne mache, zum Beispiel jetzt, aktuell Catra, funke ich mich auch gerade ein bisschen rein. Und was ich gerne mache ist, bevor ich da irgendwie mich registriere und so, ich gucke mir erst mal Tutorials an. Ich gucke mir an, was kann das überhaupt, wie funktioniert das? Ich schreibe schon mal Copy auch. Also ich will eine Landingpage bauen und ich formuliere schon die Texte und orientiere mich zum Beispiel an deinen Texten, die du hast und schreibe das halt in meiner Version. Und bevor ich da überhaupt anfange, gucke ich mir erst Videomaterial an, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Dann ist der Einstieg auch viel einfacher für mich. Das verlernen wir auch ganz oft. Wenn ich jetzt die kleine Anna sehe, die wird jetzt in den nächsten Wochen zwei Jahre alt. Dann ist das das Natürlichste von der Welt. Und die macht uns gerade alles nach. Wir müssen echt aufpassen, was wir machen. Weil der Ben ist jetzt sechs Jahre, wenn der mit seinem Plastikschwert da durch die Gegend kommt, dann rennt sie zu dem anderen Schwert, schnappt sich das Ding und haut alles in kurz und klein, weil die das nachmacht. Und das, was wir ja alle von Geburt an können, ist nachmachen, also imitieren und dann irgendwann mal individualisieren. Und wir vergessen das aber. Wenn wir erwachsen sind, dann stellen wir immer komische Fragen, anstatt uns das anzugucken in einem Tutorial oder zu sagen, hey, wie macht denn der das? Ah, okay, jetzt baue ich das nach und dann fange ich an zu individualisieren. Ja, lerne ich den anderen. Ja, man muss kindlich bleiben. Dann wird man auch erfolgreich. Ja, total. Einfach ausprobieren. Ja, Neugierde. Gierig zu sein nach neuen Dingen. Absolut. Ja, das ist ja eben mein Lieblingsthema. Ja, also jetzt haben sie ja das neue iPhone vorgestellt. Ja, iPhone 12. Ich glaube, es sind noch, glaube ich, 21 Stunden, bis man das Ding vorbestellen kann. Bist du schon auf der Liste, oder was? Noch nicht, aber dann in 21 Stunden. Also ich frage mich nach dem Konsum der letzten zehn Jahre, warum die das noch nicht freiwillig liefern, dass ich das echt noch bestellen muss. Verstehe ich nicht, aber gut. Ja, angebote Nachfrage. Was wollte ich gerade sagen? Achso, und diese Neugier nach neuen Dingen, Dinge auszuprobieren, das finde ich extrem wichtig. Ja, du zum Beispiel mit Katra. Ja, Katra ist ja so Online-Marketing, All-in-One-Schweizer-Taschenmesser-Tool. Und einfach mal herzugehen, eine Testversion und das Ding auszuprobieren. Und auch hier wieder, warum sind einige erfolgreich und andere nicht? Weil die Leute, die, oder die, die nicht erfolgreich sind, zu sehr an den alten Dingen festhalten. Ja, die sagen, na, ich probiere Katra, ich habe doch eins, das funktioniert doch super. Das geht doch, das geht doch noch. Ja, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie alle Steps schon sehen möchten. Also die komplette Strategie. Ja. Zu viele Infos haben möchten. Natürlich. Über alle Details. Und dann erst fange ich an. Ich möchte das Handbuch erst gelesen haben und dann fange ich erst an. Ja, oder noch interessanter finde ich ja, zeigt mir, dass es erfolgreich ist und ich mache es. Ja, genau. Kannst du mir Resultate versprechen, dann mache ich das. Garantien. Ja, Garantien. Also, ich möchte erst die Garantie, bevor ich investiere. Auch das ist ein absoluter Erfolgshemmer. Weil, was gibt es eine Garantie für irgendwas auf dieser Welt? Ja, garantien. Das war's fürraelisch. Und dann dass k AH-TU-Aberaties. Oder, was gibt es eine Bearantie für nerd? Vielen Dank.